Wir können das jetzt installieren. 30 PS? Was wolltest du jetzt sagen? Da machen wir Montag, Dienstag, Mittwoch machen wir großen Cuphead, Fortnite, PUBG. Damit kann man doch... Weißt du wie? Weißt du wie? Alter hör auf damit! Immer das gleiche mit dir, Alter. Mach du! Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, mach du erst. Damit kann man doch nicht socken, Alter. Was? Im Palm? Junge, ich war im Palm, Alter. Ich bin Stomkunde da gewesen, Alter. Ich hatte tatsächlich keine... Was war ein Partylöwe? Ich... Partylöwe, Alter im Maul. Alter kommst du aus den... Ich kommst du aus den... Ich kommst du aus den... Ich kommst du... Alter... Hahahaha! 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 Und dann hör auf noch zwei... Für ihr habt ihr der Mannes geilt. Hahahaha! Oh Alter. Hahahaha! 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 Ummm! Du hast eine... ・・ eingele эту zwar- Wir sitzen da für loose Buchstaben. Hahahaha! 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 passieren dann? Hahahaha! Ja oder nein, sag mal ich auch. Das sind doch irgendwie riesige Is, Alter. Ja, die Is ist echt riesig. Sparkasse, erhöht da irgendwelche Gebühren oder so? Ja, wer ist denn auch bei der Sparkasse? Und hier ist Torhalts aber anders. Wat? Du Verbrecher, bist nicht bei der Sparkasse? Ich. Verbrecher, was willst du denn? Ich hab gedacht, ey alter, ey alter, ey alter. Was ist denn nicht bei der Sparkasse? Alter, dein Baul, Alter. Ich hab er selber, weißt du nicht mehr riesig. Jetzt gibt's nämlich noch extra, oder? Ich kann, ich kann nicht zählen. Ey alter, ey alter, ey alter.